Immer einen sicheren Wert sind die portugiesischen Rotwein von Medeiros. Medeiros war im 19. Jahrhundert und 18. Jahrhundert eines der berühmtesten Weingüter. Er ist dann so etwas wie in Budenbrox. Es ist lange der Niedergang erfolgt. Und Agostino, unser Freund, konnte dann das historische Kernstück kaufen und hat wieder mit Weinbau angefangen. Und nicht überraschenderweise zählen die wieder zu den schönsten von Portugal, die man haben kann. Die Lage ist sehr gut, es sind karge Böden, es hat aber genug Wasser und es ist nicht zu heiß. Die Hitze und Wassermangel sind ein grosses Problem im Alentejo und das haben wir eigentlich hier nicht, bei Medeiros. Und beim aktuellen Jahrgang vom 2018er ist es so, dass die übliche brütende Hitze im Sommer glücklicherweise ausgeblieben ist. Und das ergibt einen sehr eleganten, schönen, fruchtbetonten, stilvollen Rotwein, den man also doch suchen muss, bis man das in Portugal findet, vor allem zu diesem Preis. Er ist bereits sehr zugänglich. Er ist etwas weniger massiv in den Vorgängerjahrgang, weil es ja auch kühler ist. Aber gerade die Eleganz, die steht ihm sehr gut. Wunderbarer Wein. ? ? ? ?